Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 3 mit mir dem Leviathan 2. So, wir machen weiter. Für euch mag das weniger besonders sein als für mich. Ich habe nämlich seit über einem Monat nicht mehr God Eater gespielt. Lustigerweise haben sowohl OBS als auch God Eater in der Zeit Updates bekommen. Ich hätte das gedacht. Ich hoffe, alles funktioniert richtig. Ich habe aber nachgeschaut. Wir wollten, sofern ich, wenn ich den richtig, genau, ja. Wir wollten Doppelkling ausprobieren und ein bisschen verbessern. Hier die Fähigkeiten freischalten und so. Und das mit ein paar freiwilligen Missionen, was für mich perfekt ist, weil zum Beispiel kann ich mich so wieder ein bisschen ans Gameplay gewöhnen. Obwohl, das sollte einigermaßen gut funktionieren. Und zum anderen, falls irgendwas mit den Aufnahmen dann doch nicht funktioniert, sind es wenigstens noch freiwillige Missionen gewesen. Bonus Missionen. So, genau. Und dann Updates, die hier angezeigt wurden. Zertifikationsmissionen sind aber jetzt verfügbar. Um an einer Zertifikation-Mission teilzunehmen, willst du die gleichnamige Option hast. Okay. Zertifikationsmissionen testen deine Fähigkeit als God Eater. Missionen für Standortklassen kannst du mit Teamkameraden im Multiplayer abschließen. Missionen für Eliteklassen musst du solo abschließen. Okay. Für den Abschluss von Zertifikatsmissionen erhältst du Titel, Assessors und Pläne. Okay. Und es gibt Zertifikationen. So, das sieht man so. Unbekannt, 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 alles unbekannt. Und ich kann sie noch nicht mehr machen. Standort. Okay. Die müsste ich jetzt alle abarbeiten, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich wollte einfach ein paar Bonus-Missionen machen. Das weiß ich noch. Hier müsste man Heilig mitnehmen. Das wäre was für den Hammer. Ja, gegen den nehmen wir auch kein Feuer. Ja, Sariel ist das Einzige, was jetzt gerade ein bisschen Feuerschwäche hat. Ähm, ich habe ihm gesagt, er brachte eine Eskorte, aber um die Bonus und... Okay, ja, ja. Äh, ich meine, was haben wir Besseres zu tun? Okay, und dann los. Ein bisschen, mal schauen, wie gut die Doppelklängen gegen eine Sariel funktionieren. Und sonst benutze ich einfach einen Feuerlaser. Ja, da vorne ist sie schon. Wenn ich vor mir da fliege. Nicht, dass ich weiter. Schlaß ist, dass ich weiter. So. Ich glaube, das waren jetzt mehr die Spinnen, als alles andere das Problem gemacht hat. Genau, das sind die Börste. Die müssen wir ein bisschen nutzen. Deine Barrieren ist so wirklich großartig. Ich will meine Wurst-Faker verbessern. Alles andere ist Nebensack. Gott, ich habe... Ich sehe diese Schnitte in der Luft und bin mir zuerst mal im Überlegen. Ist das die Sariel hier oder mache ich das? Ich weiß nicht, ob die Sache die beste Möglichkeit gewesen ist, das zu tun. Oh Gott, ich kriege dich. Oh Gott. Ich habe... Okay. Es kommt noch. Es kommt noch. Ich war nicht so nah dran. Ich war nicht so nah dran. Ich schaff's noch. Oh, ich schaff's noch an 150 an. Oh, dort hängt man. Ich rege mich nicht zu. hier raus. Ich schaue. Ich rege mich nicht zu. Hier Relationships. Auch wenn ich hieresiere kann. Oh, da macht mich nicht zu- Ich will nur Kannst du? Ja genau hier Der geht also wieder runter Ne, ich krieg noch ein Blosswax dazu Ok Das war ziemlich gut Das nicht Sobald ich mehr Fähigkeiten für die Doppelführung habe, wird es auch keiner davon Aber jetzt muss ich zuerst mal schauen, dass ich überhaupt hier los werde Ich weiß, es gibt diesen Stabmodus bei dem Doppelklee und dass er effektiv ist und Schaden austeilt und all das Aber es bringt mir ja nichts den jetzt einzusetzen, wenn ich Neun Anläufe freischalten würde Ich weiß sie nicht Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Ich glaube, ich könnte das ohne Ecke. Ich weiß nicht, warum ich damit auf einmal so viel Schaden gemacht habe, aber ich sage nicht Nein dazu. So. So. Eins. Einmal reingerahmt, jetzt über 200 Schaden für ihr sagt, warum auch nicht. Hier war doch noch was. Äh, da. Auch meins. Gut. Kriegen wir jetzt bessere Angriffe? Ja. Ich hoffe doch sehr. Ich habe jetzt auch versucht mit dem normalen Angriff auf sie einzuschlagen wie möglich. Wir kriegen auf jeden Fall mal neue Waffen. Und die böse Donnerklinge. Äh, Telurid. Ja. Rot ist gut. Rot ist unser aktuelles. Yes. Oh, fast sogar zwei. Okay. Äh, Kranzangriff, Sturzflug ins blaue und dualer Schock. Wird gleich mal angeschaut. Wird gleich mal angeschaut. Wird gleich mal angeschaut. Jaja, wir speichern. Wie gesagt, Vorteil von Nebemissionen. Können wir das ganze mal ein bisschen ausprobieren wollen. So. Kranzangriff. Okay. Verbesserter Glävenbogenangriff. Versuchen wir doch mal. Sturzflug ins blaue. Okay. Nehmen wir auch mal. Haben wir sonst nichts. Dualer Schock. Schneiden. Okay. Alles sind überall. Okay. Ähm. Was nehmen wir jetzt? Ähm. Schlacke. Himmelssollen. Dornstrauch. Und hier nehmen wir. Dann machen wir die Donnerwahlziege rein. Der Dauerweiße darf hier glaube ich drin bleiben. Okay. Dann aufwerten. Da haben wir da. Warte. Was ist denn ein anderes Problem? Ich weiß nicht was schon aufwertbar war und was nicht. Ähm. Nicht. Äh. Der andere Trieb auch nicht. Der andere Trieb auch nicht. Der andere Trieb. Frohbischer. Dann würde ich es sicher nicht haben. Der andere Trieb auch nicht. Äh. Schwertmesser. Das ist neu. Oh Gott. Hier sind viele neue. Ähm. Wahrscheinlich weil ich es nie angeschaut habe. Dunkler Mond. Und. Ah. Die Helios Färber. Die Helios Färber. Ähm. Müssten wir eins von anderen. Okay. Müssten wir irgendwann mal wieder Aschenaragami Farmen gehen und die Aschenaragami Waffen abzugraden. Äh. Ich will jetzt aber noch eine Mission machen. Weil ich nicht ganz weiß gegen wen. Ähm. Einers Bitte. Einers Bitte wäre voll okay. Ähm. Sie für eine meiner Converse für nicht alle Argan hinterher. Das wäre einfach ein. Ein Varia. Ein Varia wäre nicht so. schlecht. Genau. Den Gaumen wollen wir jetzt nicht. Äh. Das hier sind wir dann. Mir aber. Ja. Ich glaube wir machen den Varia. Äh. Jetzt nehmen wir noch. Claire. Und. Lulu. Machen wir eine Mädchen. So. Dann schauen wir mal wie gut das die. 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 Angriffe hier jetzt. Sind von der Doppelklinge. Und wie viele Parts das wir einfach nur. Optionale Missionen machen. Team infiltration confirmed. Use appropriate caution. Beginn Operation. We go? Yes. We go. We go. We go. We go. We go. Let the party begin. Hm. Wollte mich mir ergeben. Okay. No contact with Aragami yet huh? Ich weiß nicht. Ich sehe da ein paar. Nicht deutlich. Ja. Wolltest aber. Das ist die Kuchen. Okay. Ich drehe es nach unten. Ja, du triffst mich hier nicht. Ich hatte immer noch recht, obwohl ich alles recht habe, alles gedacht. Oh. Oh, das ist gut. 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 Ich hatte noch ein paar Alten, das war ich so. Oh, das ist ein D-Ponder. Das ist gut. Ich bin der Donner. Das ist dauernd los. Eigentlich kommt das hier nur aus? Ja, ich glaube, das kommt nur aus anderen Worten. Das ist so übertrieben. Ich liebe es. Ich bin der erste. Oh, 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 oh. Also wenn es um reine DPS geht, ist das ja ziemlich unübertroffen. Sind wir mal ehrlich. Leider macht es nicht. Zerstört es meine Ausdauer, aber alles andere. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. das macht irgendwie spaß im gleichen der gleich nach wie bei der mondklinge der dieses axt vernichten spaß macht es ist auch so dummes draufhacken ich komme nicht gut an dem vorbei ich bin nicht sehr gut ja ein varia ist zu schnell für mich wir kommen gleich das ist auch mein foto ich werde auch leben haben aber es macht so spaß es ist einfach von vorne nach hier vorne noch irgendwie was weiß ich wie viele schlitzer dazu funktioniert mir muss ich dazu nichts sagen schauen wir noch haben wir noch items bekommen schnellbinder das war gut das war ein guter kampf gegen einen varia neuer hammer und doppelkling ein tigerschweif und gemetzel da ist die tigerkone und tigerkone 3 ja oh und fan reagie mit deko ok und komm ich da was neues oh ja chaosantrieb und nördliches kreuz blüten blütenblatt waren und beißender stoße wie seraph klinge ok versuchen wir alles äh ja wahrscheinlich aber erst beim nächsten mal ähm so was haben wir denn bekommen chaosantrieb ok um absorbiert angriffsstöße das wäre glaube ich das hoch springen und runter fallen ich meine wir versuchen es mal ist nicht so spam wie ist ein spamfach wie sonst aber wir nehmen mal die himmelsollen mhm das nördliche kreuz mache einen luftschritt nach vorne schneide schnell ein kreuz soll schaden gegen schwache elemente ok ähm und lef ein luftangriff ne dann will ich zuerst den normalen äh hier brauche ich für den phantomschmerz bräuchte ich aber den blüten wahrscheinlich einen luft äh gläfen y angriff ja ich würde trotzdem zuerst das nördliche kreuz ausprobieren und hier haben wir den beißenden stoß transformiere deine gläfe in in das perfekte stichwerkzeug und okay und nutze dann das bringt mir dann einen luftangriff nehmen wir ähm hier können wir dann ähm wagenwind weil wir gehen ja mit einem tornado nach oben ähm dann noch die orator klinge ja warum nicht ähm haben doch noch ein paar die wir noch nicht freigeschaltet haben ok ok gut ähm schauen wir noch ob wir irgendwas aufwerten können oder so oder herstellen weil mit feuer doppelklingen geht es jetzt glaube ich gerade nicht so viel so gut weiter das gemäst ist gemäst nämlich das was ne wir haben flammen was ist das die sind aber ziemlich so die die wir haben aber ja weil wir die flammen wäre sind davon haben wir verstanden spiel dankeschön ähm garuda ja wir könnten die corona machen aber die sind auch feuer ja hier hätten wir heilig ja die hätten wir noch und die müssen wir verbessern ähm kreuzsägel kann ja nicht und die hier auch eher nicht und die können wir aber dann ziemlich nah landen ok dann kann ich Shigi mit heilig und dann wird's auch natürlich wieder ich bin mir jetzt gerade mal überlegen ob wir beim nächsten Part noch ein paar mehr ähm optional Missionen machen oder ob wir Mond in die Hand nehmen und das fertig machen oder ob wir vielleicht einfach ob wir was haben wir denn wir haben hier noch die Bestienklauen die braucht Moot ich glaube das kriegen wir vom Balmung Mootsachen gehe ich mal davon aus äh die hier brauchen wir so ist mein Geld zum anderen Akala Sachen und Sato Satoi hatten wir doch schon das muss ich schon mal suchen ok äh aber ok dann hätten wir den hier up to date den hier up to date äh die Heliohülle da machen wir uns am besten eine neue sonst noch was sonst kämpft werden das sind ja mal die Waffen die wir benutzen Hammer Sense Doppelklinge das hier ja die Heliohülle kann man dann in die andere mal noch umwandeln weil es sieht so aus als wäre es einfacher die Heliosphäre direkt zu machen wenn man das Geld dafür hat als die andere Bino Schaft und Bino Kette und sonst machen wir dann halt einfach mit den Amitsachen weiter haben sich ja bisher aufgebaut gut ich würde aber sagen das war's für heute ich hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann